Wie gestalten Sie Ihren Alltag? Ich habe eigentlich auch ganz viele Hobbys. Wie zum Beispiel, ja, ich mache halt auch ganz gerne Musik. Wie zum Beispiel, ich spiele Klavier und Flöte. Und ja, das hatte ich ja eigentlich vorher auch schon mal gesagt. Aber das kann ich auch gerne der Kamera auch noch mal gerne sagen. Ich habe auch einen Tauschschein, einen offiziellen Tauschschein. Tauche sehr gerne, am liebsten im Roten Meer. Freue ich mich jetzt schon endlich bald. Bald geht es wieder nach Ägypten. Und da ist dann halt auch dieses schöne Rote Meer. Da ist es richtig warm. Und das Wasser, das ist auch mal ganz toll. Da kann man immer ganz viele Entdeckungen machen. Und ja, das ist halt auch ganz toll, wenn man halt auch so was machen kann. Das hat auch Menschen, sogar halt auch Menschen mit Behinderung, mit Down-Syndrom, Tauschschein machen können. Und was ich halt auch ganz gerne mache, ja, ich gehe auch ganz gerne shoppen. Und halt auch, gehe auch gerne mal ins Kino oder auch ins Konzert. Meine Cousine, die ist ja auch Konzertmeisterin, spielt Geige, also Violine. Und ja, da haben wir auch schon öfter, haben wir auch mal ein Konzert. Und ja, ich habe auch einen weißen Schäferhund. Beri heißt da. Und ja, mit dem beschäftige ich mich halt auch ganz viel. Ich fotografiere auch sehr gerne. Und tja, da wird es mir halt auch nicht langweilig.